Das von ihr zuvor kritisierte Finanzministerium, das ohne Strategie in die Verhandlungen gegangen sein soll, ist damals zwar noch nicht unter der Leitung von Hansjörg Schelling gestanden, aber von ihm haben wir heute eine erste Stellungnahme bekommen. Wir sind dabei, den Bericht zu analysieren. Natürlich im Nachhinein betrachtet kann man vieles besser wissen und auch besser machen, das ist keine Frage. Aber der Christkommission war ja auch der Auftrag zugeteilt zu analysieren, wie das alles entstanden ist. Ich war auch damals nicht Mitglied der österreichischen Bundesregierung. Die österreichische Bundesregierung, damals Kanzler und Vizekanzler, haben das gemeinsam so entschieden. Wir werden jetzt das analysieren, was kann man daraus lernen, was kann man besser machen. Sagt Finanzminister Schelling von der ÖVP zur Kritik an seinen Vorgängen.